Das sind die Walliser Nachrichten vom 19. Mai und unter anderem haben wir diese Themen hier für euch bereit. Diskussionen um den Heimfall von Wasserkraftwerken, für 20 Jahre schülische Mediation im Wallis und positive Jahresbilanz 2049 für das Theater LaPost. In den nächsten 40 Jahren sind alle Kraftwerke im Wallis vom Heimfall betroffen und ziehen damit zurück an einen Kanton oder eine Gemeinde. Mit dem Rennetieren im Geschäftsführer der Enalpin AG kann der Konzessionsgeber, also die Gemeinde oder der Kanton, die Wasserkraftwerke zu 100% vom Betreiber übernehmen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine neue Kraftwerksgesellschaft zu gründen oder die Konzessionsgeber verkaufen die Anlagen zurück an die Betreiber. Die Schweizer Heimspannungsnetze ist so stark ausgelastet, dass es schon bei einem extrem heissen Sommer zu einem Strom-Blackout kommen könnte. Darum wollen die Netzbetrieberin Swissgrid's Übertragungsnetze möglichst schnell ausbauen und erneuern. Priorität haben leidem Swissgrid-Chef Alain Graf unter anderem die neue Heimspannungsleitung im Wallis und auf der Nord-Süd-Axon. Seit 25 Jahren gibt es im Kanton Wallis die schulische Mediation. Der Start war mit acht Lehrkräften, die die Ausbildung zum Mediator gemacht haben. Nach einer Evaluation hat der Kanton den aber schnell einmal festgelegt, in allen Orientierungsschulen, Berufs- und Handelsschulen und in den Kollegen die Ausbildung und den Einsatz von Mediatoren umzusetzen. Mit dem Staatsrat Glodrock haben die Mediatoren in den letzten 25 Jahren sehr gute Arbeit geleistet, was nur dank der guten Aus- und Weiterbildung möglich war. Die Swissperl-Apost schliesst am 29. Mai die 19. Theatersaison mit einer positiven Bilanz ab. So konnte man die Abonnement auf dem hohen Stand von 970 behalten. Letztes Jahr haben im Gesamt rund 56'000 Besucher den Weg ins Kultur- und Kongresszentrum gefunden. Unter anderem hat sich auch die Neat positiv auf die Besucherzahlen ausgewirkt. Zu den Höhepinkten der Theatersaison 2010-2011 kehrt unter anderem die Westside-Story, der Auftritt vom Orchester de la Suizera Italiana und das Konzert einer legendären argentinischen Pianistin Marta Argerich. In der neuen Saison beginnt die Vorstellungen immer um 20.30 Uhr an. Mehr Informationen zum Programm findet ihr auf der neuen Homepage www.lapostfisp.ch Das Brickl-Eise lehren die Schüler in der Zukunft während der obligatorischen Schulzeit mit interaktiven Wandtafelsystemen. Mit dem Schildirektor Robert Lochmatter gibt es am Anfang vom neuen Schuljahr 50 Zimmer mit interaktiven Wandtafeln. Pro Zimmer hat man dafür 6'000 Franken budgetiert. Das neue System ist zusammengesetzt mit unserer Wandtafeln, einem Board, einem Beamer und einem Laptop. Dominik Chanto, Schulleiter von der Primarschule Gleis, schafft seit drei Jahren mit diesem System. Die Tafeln gibt verschiedene Möglichkeiten, dass wir sehr schnell komplizierte Grafiken darstellen können. Wir können sehr schnell komplizierte Anwendungen aufschalten, Internet-Lernprogramme. Wir können zu Hause vorbereiten. Und vor allem hat der Lehrer mehr Zeit, sich den Kindern zu widmen, weil er die Sachen zu Hause bereits erledigen kann. Die Systeme hat man zusammen mit einer Zürcher Firma und mit regionalen Partnern eingerichtet. Anlässlich vom 40-Jahr-Jubiläum vergibt der Kiwanis-Club Oberwallis am Freitag zuerst einmal einen Förderpreis. Die Division Bären war jetzt Oberwallis und Zermatter zugekehrend, klärt Zürich bis Ende Mai ab, ob die heutige Vorgaben noch zeitgemäß sind. Auch in Zukunft will man sich nämlich für Projekte einsetzen, die nicht vom Staat unterstützt kommen. 2012 trägt man die Nationale Versammlung vom Distrikt Kiwanis-Schweiz-Liechterstedt in Brüggis. Dafür hat man schon das OK gegründet, was sich ab dem Herbst mit der Organisation befasst. Am Mittwoch haben wir im Oberwallis wieder mal so einen kleinen Vorgeschmack auf den Frühling bekommen. Ob es auch die nächsten Tage in diesem Schema weitergeht, das sehen wir jetzt im Walliswetter. Am Mittwoch war es mit Höchstwerten von bis zu 16 Grad recht sonnig. Zwar haben sich immer wieder mal ein paar Wolken am Oberwalliser Himmel bereit gemacht, trotzdem konnte man vorne sitzen und die Sonnenstrahlung geniessen. Einladendes Wetter war so ein Zubik, wie wir sie auf der Wetterkamera sehen. Am Donnerstag hat es dann vor allem am Vormittag und nördlich vom Roten und Dichtere Wolken. Im Verlauf des Tages tut es dann aber auf. Die Temperaturen bleibend im ähnlichen Rahmen bis zu 11 Grad im Goms. Im Talgrund gibt es 16, im Saastal 7 und das Zermatt 9 Grad. Auch in den Freitag ist noch mehr stockender Start der Flotte sonnig und warm mit bis zu 19 Grad. Aber das Pfingstwochenende erwartet eine Sonne pur für das ganze Oberwallis mit bis zu 24 Grad im Talgrund. Man darf sich also definitiv freuen. In dem Sie wünsche ich eine ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017